Der Mensch braucht einen Platz für zu explorieren, einen Platz für sich zu entwickeln, einen Platz für zu delen, zu drehen, einen Platz für zu schaffen. Die 1535 Kreative Industrie zu Däuferding ist der Platz für alle kreativ Schaffenden zu Lützeburg. Die 1535 Kreative Industrie, powered by Däuferding. Porto wird den 20. September.